Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype The Time Quest. Beim letzten Mal sind wir in der Stadt Torras angekommen, zum vierten Mal, diesmal in unserer eigenen Ära. Und wir haben uns bis zur Taverne durchgekämpft und haben beim letzten Mal hier in diesem Raum ein paar alte Bekannte getroffen. Ja, zumindest eine alte Bekannte, die wir ja kennen. Und zwar ist das unsere Verlobte und mit der wollen wir jetzt auch mal reden und schauen, was für einen Widerstand sie organisiert hat. Anscheinend hat sie sich mit den Räubern verbündet, was durchaus sinnvoll ist. Und das ist auch ziemlich gut zu wissen, dass die Räuber noch existieren, denn in ihrem Dorf waren ja leider die ganzen schwarzen Ritter bzw. die schwarze Garde von Banak. Gehen wir mal rein und schauen, was uns erwartet. Mein Liebster, ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Das ist ein großer Tag für die Widerstandsbewegung. Ein ganz großer Tag. Oh ja, ich bin die Anführerin der Widerstandsbewegung. Und was für ein Anführer! Ich stelle dir hiermit Rivest und Bagras vor, meine engsten Vertrauten. Vor kurzem ist eine charmante alte Dame namens Nolin zu mir gekommen. Sie hat mir ihr Tagebuch gegeben und das ihrer Mutter Karon. Darin habe ich über alle deine Heldentaten gelesen. Da habe ich gewusst, dass du zu mir zurückkommen würdest. Nolin ist weggegangen und ich habe sie nie wieder gesehen. Eure Rückkehr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben auf dich gewartet, um in Aktion zu treten. Viele Leute sind zur Widerstandsbewegung gestoßen, aber Taskan IV. und die Königin Lizote sind Gefangene in der Festung. Und wir müssen sie zuerst befreien. Sie zusammen mit euch in Freiheit zu sehen, das wäre das Zeichen für den Aufstand. Aber die Festung wird zu stark bewacht. Du allein kannst den König befreien, Hype. Hier sind die Schlüssel für den Kerker der Festung. Wir haben sie einem schwarzen Wächter gestohlen, als er betrunken war. Wenn du einmal im Kerker bist, wirst du sicher eine Möglichkeit finden, die Zellen zu öffnen. Viel Glück. Ich liebe dich. Tja, Hype ist echt ein Frauenheld. Nun gut, du besitzt jetzt den Schlüssel, der das Tor zum Festungsverlies öffnet. Ja, da waren wir lange nicht mehr drin. Das letzte Mal in der Ära Taskans I. Schauen wir mal, ob die hier noch was mit interessantes haben. Genau, ja, in so einem Fantasy-Spiel ist es halt immer der, der für die gerechte Sache kämpft, der gewinnen wird. Zumindest in den meisten Standard-Fantasy-Spielen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Wir bleiben bei Hype. Passt auf euch auf, Hype. Die schwarzen Wächter sind überall. Und im Kerker wird der König sicher sehr gut bewacht. Ja, ich hoffe, da sind nicht so viele Bogenschützchen, sonst wird das ziemlich böse enden. Befreie den König. Viel Glück. Ich liebe dich, mein Liebster. Okay, wunderbar. Schauen wir nochmal, was hier drüben in dem Raum ist. Na, offensichtlich nichts. Okay, dann können wir wieder runtergehen und uns im Rest der Stadt umschauen. Ich denke mal, in den Keller der Festung. In das Verlies kommen wir über den Brunnen, so wie in der Ära Taskans I. Und halt mit dem Schlüssel weiter rein. Aber ich möchte mich erstmal im Rest der Stadt noch so umsehen. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Es tut mir leid. Ich bin ein Nichts. Ein Nichtsnutz. Ich habe mich aufgeführt. Mich aufgeführt wie ein Volldruck. Ja, da hast du vielleicht recht, du Heususe. Aber, hey, ich bin ja nicht böse, okay? Also, alles gut zwischen uns? Ich hoffe doch. Seid gegrüßt, edler Ritter. Wenn ihr genug Plastiks habt, kann ich euch eine hervorragende Mahlzeit servieren. Es ist teuer, aber daran kann ich leider nichts ändern. Trefft eure Wahl. 175 Plastiks für eine Mahlzeit. Ja, nee. Hallo, ich bin hier so der Held, der durch die Zeit reist. Und du weißt das. Ich kämpfe für den Widerstand. Kannst du mir nicht kostenlos eine Mahlzeit anbieten? Wucherei. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus und schauen uns weiter hier um. Ich fürchte, wir werden noch ein bisschen kämpfen müssen. Aber das wird sich jetzt zeigen. Links, rechts. Gehen wir erstmal hier rechts entlang. Ah, da ist jemand. Wobei, gehen wir erstmal links lang. Denn wenn wir da wieder sowieso durch den Burggraben hindurch gehen, kommen wir auf der rechten Seite wieder heraus. Das ist sinnvoller, wenn wir erst hier lang gehen. Und das sieht aus, als wäre da jemand, gegen den wir kämpfen könnten. Ich hoffe, das ist ein Einzelner. Das hört sich an, als wäre da noch einer. Ja. Okay, kommt her. Ah. Hallo? Du hast wohl auf mich, die Ditter zu schlagen? Na, ich bin zu hoch. Ich muss hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche einen Trank. Ich brauche einen Trank. Ja, die werden uns hier sehr schnell ausgehen. Ah. Mit dem Rücken zur Wand. Hallo? Ja gut, dann, falls ihr mich nicht mehr weiterjagt, dann mache ich mal das hier, ne? Plopp. Oh, daneben. Stirb, stirb. Lass dich doch treffen. Sehr gut. Okay, der möchte nicht weiterkommen. Kann ich dich von hier aus treffen? Macht dir das Schaden, wenn ich dich an deinem Speer treffe? Na, ich träff dich gar nicht. Vielleicht von hier aus. Am Arm. Das wäre eine Möglichkeit. Ne, da komme ich gar nicht erst hin. Ja gut, aber da der eine jetzt sowieso fast tot ist. Komm her. Komm her. Wunderbar. Und das Geld kann ich jetzt sogar wieder gebrauchen. Sehr schön. Und, oh, eine Haselnuss. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, da sind die Banner von Barnack. Ah, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und hier ist auch sonst nichts. Das hat sich nicht wirklich gedauert. Wie viel Geld haben wir bekommen? 50 Plastiks. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die violetten Tränke waren. Waren die nicht? 150? Waren die 200 oder so? Ich werde da gleich mal vom Bar. Da ist ja auch einer. Was machst du denn hier? Gut, aber gegen einen alleine komme ich gut an. Da muss ich es nur richtig timen. Ist mir was Schönes gedroppt? Nö. Blödmann. Okay. Ähm. Kommen wir da oben rein? Ey, da oben geht es ja tatsächlich lang. Hm, interessant. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Also, wenn wir so in die Festung reinkommen, möchte ich aber erst mal gucken, was wir im Brunnen noch so Interessantes finden können. Weil dann muss das ja auch irgendwo hinführen, oder? Oh, schauen wir mal. Wahrscheinlich erwartet uns jetzt hier drin auch wieder ein schwarzer Ritter oder wir kommen gar nicht erst da rein. Toll. Naja. Oh. Ich hab mich jetzt erschreckt. Ich dachte, du wärst einer von der schwarzen Garde. Ich, oh. Ich, ich, ähm. Äh. Das war's. Ich erinnere mich. Ich schwöre Banak, meinem König und Gott ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Ja, ja. Bla, bla, bla. Gut. Das hat jetzt richtig viel gebracht. Gehen wir mal wieder hier runter in die Kanalisation. Das Gitter ist leider noch da. Da unten in dem Kanalisationszimmer. Sonst könnten wir da rein. Aber dafür ist Banak wohl zu intelligent. Ich vermute auch, dass wir hier oben einfach nicht reinkommen. Denn er hat das sicherlich gesehen, dass da ein Loch ist. Und er wird sich ja schon Gedanken gemacht haben, wie wir in der Vergangenheit da hineingekommen sind. Wobei, nein. Ist immer noch offen. Okay. Ist hier irgendwas drin? Ein Fass. Ist da irgendwas Schönes drin für mich? Nichts. Na super. So, ich hoffe, ich schaffe den Sprung beim ersten Mal. Natürlich. Das wäre ja auch viel zu schön gewesen, wenn ich den Sprung geschafft hätte. Na. Na gut. Ah. Geh da hoch. Und. Geh bitte wieder hier hoch. Es wäre ja auch einfach zu schön, wenn ich hier mal gut vorankommen würde in diesen Sprungpassagen. Aber die sind einfach so ätzend. Gott sei Dank sind die nicht irgendwie besonders lang. Und ich kann nicht Schaden kriegen und sterben. Hey. Okay. Cool. Ich habe es geschafft. Ich kann in die Festung. Hm. Ich sehe nichts. Ah. Ein Ladebildschirm. Okay. Kann ich denn hier... Ja. Tatsächlich. Da ist ein Hebel. Aber hier sind doch bestimmt jede Menge Wachen. Oder? Da hinten steht ein Bogenschütze. Da unten ist eine Truhe. Hm. Gut. Wenn da ein Bogenschütze alleine ist, dann kann ich den eventuell erledigen. Das versuche ich doch mal. Ich hoffe, der bemerkt mich nicht, bis ich ihn angreife. Jawohl. Sehr schön. Komm her. Du, ich lasse dich nicht feuern. Sehr gut. Jetzt wüsste ich gerne, was in der Kiste drin ist. Na? Irgendwas Gutes? Bitte, bitte. Ein grünes Kraut. Toll. Oder ein gelbes Kraut. Meinetwegen. Das bringt mir nicht wirklich viel. Ich habe einen violetten Trank. Damit kann ich meinen Mana auch mit heilen. Ah. Da oben ist einer. Nicht gut. Nicht gut. Da oben sind welche, aber... Warum ist das andere jetzt explodiert? Wahrscheinlich, weil es runtergefallen ist. Da oben ist einer. Schauen wir mal, ob wir den von hier aus treffen können. Sind das eigentlich die guten Pfeile? Ja, die roten müssten die guten Bolzen sein, oder? Ich gehe jetzt davon aus. Ah. Okay, das braucht ein bisschen lange. Ah, nein. Nicht getroffen. Komm her. Lass dich... Was? Oh, du Blödmann. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Gesellen hier. Ist da unten noch irgendwas? Egal. Da hinten gucke ich gleich. Schieß doch, schieß doch. Du triffst mich. Sowieso nicht wollte ich... Hallo? Stirb. Wie viel Schaden die auch einfach machen. Das ist unglaublich. So. Gut, ich mache schon mal das... Wobei, nein. Ich mache das... Na, mache ich das Tor schon runter? Ich glaube, das ist beim nächsten Mal da nicht offen. Vielleicht möchte ich ungern da jetzt schon reingehen. Hm. Aber wenn ich schon mal hier bin, sollte ich da auch reingehen. Ich gucke dann später, was im Brunnen ist. Hallo? Magst du den Hebel nicht betätigen? Doch. Geht doch. Wunderbar. Ha. Gut, dann tätigen wir den nochmal auf der anderen Seite. Damit wir auch wirklich da reinkommen. Es ist unglaublich, dass sie da irgendwie den Sicherheitsmechanismus innerhalb von drei königlichen Eras ehren. Ich glaube, es heißt Eras, oder? Auf jeden Fall, dass sie da den Mechanismus nicht mal ausgetauscht haben. Dumm, dumm, dumm. Aber schön für mich. So. Ich hoffe auch, wenn ich da oben den Typen erledige, kriege ich wieder schöne... Oh nein. Nein, 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 nein. Geh weg, 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 weg. Nein. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist doch schön. Blauer Pfeil. Was soll ich denn mit blauen Pfeilen, mein Freund? Moment. Nichts. Ist hier wenigstens was Interessantes drin? Gar nichts. Hallo? Wie soll ich denn so das Spiel schaffen? Hm. Na super. Ist da irgendwas drin? Kann ich natürlich nicht erkennen. Geht's da runter? Da geht es tatsächlich runter. Hm. Gehen wir erstmal in die Kanalisationen hinunter. Vielleicht finden wir da was. Aber es ist interessant, dass es da anscheinend zwei Wege in die Festung gibt. Einmal durch die Kanalisation. Und einmal über die Dächer von Toros. Wobei, vielleicht kommen wir hier gar nicht weiter. Schauen wir mal. Da dürfte es ins Laboratorium gehen. Wo geht's hier lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal Hype gespielt habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, von wo ich wohin komme hier. Aber es gibt ja sowieso nur den einen Weg. Deswegen ist das ja relativ egal. Ist das Toros? Ja. Jetzt sind wir wieder hier in der Hauptkanalisation. Ich hoffe bloß, die Wachen sind nicht wieder da, wenn ich zurückgehe. Okay, das wäre ein bisschen doof. Federmäuse? Bitte keine Federmäuse. Okay, ich sehe keine. Das ist schön. Da oben ist aber auch leider keine Kiste oder ähnliches. Deswegen würde ich sagen, ich springe da gar nicht erst runter. Ich weiß ja, dass ich da wieder hochkomme. Da fährt der Aufzug gerade runter. Aber wenn hier sonst nichts ist, was mir irgendwie was Schönes einbringt, dann gehen wir wieder zurück. Das spart ein bisschen Zeit. So. Spring. Hallo? Springst du da bitte rein? Geht doch. Ich weiß, das Springen mit so einer schweren Rüstung ist eigentlich ziemlich schwer. Und eigentlich dürftest du gar nicht so gut springen können. Aber das ist mir vollkommen egal. Vielleicht soll ich mal wieder einen Trank trinken? Das mache ich, wenn ich noch einen weiteren Treffer bekommen habe. Wahrscheinlich werde ich das bereuen und sterben. Aber schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich es auch so. Ich hoffe bloß, die Soldaten sind nicht wieder da. Äh, sie sind wieder da. Ich höre es doch. Uiuiui. Komm, schieß daneben. Nein! Lass ihn bloß nicht treffen, sonst bist du tot, Hype. Und schon wieder nur Blaupfeile. Ich glaube, es hackt. Ich weiß auch nicht mehr, welche Magie effektiv war gegen die... War das die Elektromagie? Schauen wir mal. Probieren wir es gleich einfach mal aus. Ich darf jetzt wahrscheinlich wieder das Tor öffnen. Aua. Ah, das sieht nicht besonders effektiv aus. Naja, immerhin ein gelbes Kraut. Damit haben wir die Magiebenutzung wieder raus. Vielleicht sind ja diesmal auch... Oh, oh. Ich hoffe, der sieht mich da hinten nicht. Der kann mich hier treffen. Ah. Wenn die nicht so viel Schaden machen würden, dann wäre das Ganze auch wesentlich angenehmer. Aber da die einfach so viel Schaden machen, ist das ein bisschen doof. Aber den kann ich jetzt zumindest besiegen, ohne dass er mich trifft. Denn er hört unsere Schritte nicht, obwohl wir hier auch in so einer schweren Rüstung entlanglaufen. Ein violetter Trank! Ja. Oh, dankeschön. Du bist mein Lieblingsopfer in dieser Folge. Magst du mir nicht noch ein paar mehr violette Tränke geben? Das würde mich schon sehr freuen. Oh, so. Wäre cool. Ja, vielleicht, wenn ich den da oben abschieße. Wobei, wahrscheinlich bevor ich den töte, tötet der mich. Hm. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ihn ja von hier hinten aus treffen. Ah. Okay. Ne, bevor ich da wieder zielen kann, ist es eigentlich sinnlos. Na komm, stirb, stirb. Stirb. Jawohl. Oh, sehr schön. Da oben ist zwar so eine Nuss hingefallen, die hätte ich gerne, aber hier rote Bolzen und ein violetter Trank. Das war es definitiv wert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, MK Indiana Jones hat mir den Tipp gegeben, dass ich da oben immer die Wache mal abschießen soll. Vielen Dank dafür. Das bringt mir vor allem jetzt in dieser Ära sehr, sehr viel. So, gehen wir mal hinein in die Festung. Wow. Oh, da ist der Kronneus da runtergekommen. Unschön. Hm. Gehen wir erstmal hier runter. Hier dürfte ja wieder der Lagerraum sein. Und vielleicht finden wir hier ein paar schöne Sachen. In den Fässern zum Beispiel. Nichts. Und. Nichts. Na toll. Aber hier vielleicht violetter Trank. Bitte, bitte, bitte. Und Kraut. Ey, was soll ich mit den Kräutern? Nichts. Beim letzten Mal hatte ich Heiligenschein. Dann probiere ich das nochmal aus. Vielleicht hat das ja was gebracht. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an die letzte Folge, weil es ist einfach zu lange her, dass ich gespielt habe. Und hier ist ein Speicherpult. Das möchte ich doch benutzen, bevor ich sterbe. So, ja, ich möchte mein Abenteuer wirklich ersetzen. Und ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen werde ich diese Folge auch noch ein bisschen weiterspielen. Und mal schauen, was uns so erwarten. Oh nein. Animierte Rüstungen. Okay, aber die sind wenigstens einfach zu besiegen. Droppst du mir irgendwas? Ne, die haben nie was gedroppt. Gut, dann schnell weg, bevor die wieder aufsteht. Äh... Oh nein. Schwerte sind noch andere, oder? Eine Rüstung. So ein Typ. Ist hier hinter dem Thron irgendwas Schönes? Nein, schade. Dann kümmern wir uns mal um dich. Nimm das. Okay, das bringt wirklich gar nichts. Das bringt mir vielleicht was, wenn ich gegen mehrere kämpfe. Aber so bin ich mit dem Schwert echt effektiver. Die Rüstung da hinten ignoriere ich erstmal. Aber ich möchte auch einmal in den zweiten Stock gehen, um zu schauen, was ich da so Schönes finde. Wahrscheinlich nur noch mehr Soldaten. Ein Bogenschütze. Flieg runter, flieg runter, flieg runter. Haha. Oh, der nimmt davon gar keinen Schaden. Aber ein violetter Trank. Oh, dankeschön. Du bist auch mein Lieblingsopfer heute. Ich habe zwei Lieblingsopfer in dieser Folge. Ist das nicht schön? Haha. So. War hier oben noch irgendwas? Nein. Aber allein für den violetten Trank, finde ich, hat es sich gelohnt, hier hoch zu gehen. Da unten ist ein Schlüssellauch. Da nehme ich mal an. Da komme ich in den Kerker. Aber ich möchte erst hier oben etwas machen. Da haben wir nämlich was Schönes. Ah, wie wechsel ich Zauber? So. Ihr habt euch sicher... Das war der falsche Zauber. Super. Ihr erinnert euch sicher, dass... Moment, ich muss erst mal Zauber wechseln. So. Dass ich in einer der letzten Folgen hier reingegangen bin. Warum ist das nicht offen? Hey! Da sollte ich eigentlich rein können. Da ist was Schönes drin. Okay, dann komme ich da wahrscheinlich später rein. Gehen wir erst mal in den Kerker. Nachdem ich mich noch mal dieser Rüstung entledigt habe. Oh, die sind so schön angenehm zu bekämpfen. Im Gegensatz zu der schwarzen Garde. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, ja, bla, 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 bla. Ich brauche den Schlüssel. Den haben wir doch hier. Kerker-Schlüssel. Schnell, 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 bevor die Rüstung wieder aufsteht. So. Hinab in die Tiefe. Mal schauen, wie viel sich da verändert hat in den letzten paar Jahrzehnten. Ja, ich bin sehr gespannt. Das verließ Erathas ganzes vierten. Noch ein Speicherpult. Das ist doch sehr schön. Ja, angesichts der Tatsache, dass hier ein Speicherpult ist. Und ich nicht genau weiß, wann uns das nächste Pult erwartet. Würde ich sagen, ich beende hier einfach mal die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Und seid gespannt darauf, was uns hier in diesen Verliesen erwartet. Und ob wir den König wirklich retten können. Bis dann.